Kommen wir mal näher! Kommen wir mal näher! Ich zeig dir mal was! Wo ist er denn? Na wo ist er? Zeig mir den komischen, den komischen Smokin! Ich treu mich auch im Kreis, damit du sehen, damit du mich leicht überraschen kannst! Du blöde Sau! Glaubst, ich hab Angst vor dir? Ah! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Was ist er? Ein Jahr auf YouTube! Wie mag ich mehr? Nicht gern! Na danke! Ok, jetzt gehts los! Ja, nein, übernimm dich doch! Ist ok, ist besser! Nicht mal irgendwie erschreckt! Nicht mal irgendwie! Mr. Zombie! What the fuck? Ah! Der lauft! Der lauft! Ah! Du helf! Oh! Don't! Ja gut, dann nicht! Dann eben nicht! Dann bleiben wir hier! Der sagt mir noch extra Don't! Und jetzt gehst er runter und dann kommt so Warum hast du es trotzdem gemacht? Und ich schon keine Ahnung, wer ich behindert bin! Er ist da Leute! Wir haben ihn schon gesehen! Wir haben ihn schon gesehen! Wir haben ihn gesehen! Enemy spotted! Fall in the hole! Und lauf, lauf, lauf! Laua! Lauf, 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 lauf! Wir haben Glück, lauf! Wenn du nicht laufst, dann wirst du wieder gefressen! Willst du das? Willst du in Slendermans Magen landen? Ich mein, da hast du einen ziemlich langen Weg da rein, weil er es nicht erkennst! Oh, dahinten steht er! Auf das auf! What the fukin troll? No, 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 no! No, 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 no! Nehm den Kartoffel! Du Idiot! Ich hab kein Brut! Fuck! Das sind die Schlimmsten gegen ein ganzes Spiel! Aber wenn ich ihn anschaue, was ist dann? Geht was mit dem? Untermilkt? Was! Was? Was?! F**kt! Hörru, es zu! Oh, die Ankностью ist größer geworden! Das... Fuck, 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 fuck! Okay, also Leute, das war nur so ein leider viel zu kurzes Video aus dem Anlass, dass einfach mein Kanal jetzt mittlerweile ein Jahr alt ist, also wir feiern quasi Geburtstag, am 15.02.2017 habe ich mein erstes Video hochgeladen und am 15.02.2013 hat mir der 4.000. Abonnent das größte Geschenk gemacht, nämlich er hat die große Zahl, die im Vierer vervollständigt und wir sind bei 4.100 Abonnenten und das mittlerweile nach einem Jahr von 0 auf 100. Das Video sollte ursprünglich auch ein bisschen länger gehen, aber nachdem ich jetzt glaube ich 5 Stunden an diesem Video gesessen bin und das Video im Endeffekt nur 3 Minuten lang ist, bin ich entweder extrem langsam oder extrem ungeübt, aber keine Sorge, das wird noch besser und ich werde noch mehr Szene finden. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das like, wenn ihr das favorisiert und wenn ihr das kommentiert, was ihr davon hält, ob ich sowas öfter machen soll. Ansonsten danke ich nochmal euch für dieses eine schöne Jahr YouTube, dass ihr mir natürlich die ganzen Abonnenten, die meine Videos kommentiert und abonniert und favorisiert und geliked und was muss ich noch haben. Freut mich auf jeden Fall, ich habe eine sehr aktive Community und das ist genau das, was ich wollte. Ich will gar keine andere Community, denn das sagt zwar jeder Abonnent, jeder YouTuber von sich, aber ich habe wirklich eine sehr sehr aktive und das sieht man an dem Video aufrufen. Also Leute, danke nochmal an alle und ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, wir sehen sich beim nächsten Mal am Montag und auf ein schönes Jahr 2013 für YouTube, für euch und auch hoffentlich für meinen Kanal. Also Leute, wir sehen sich. 3, 2, 1, ciao! Bis zum nächsten Mal am Montag.